Guten Morgen, Ägypten. Unser Blick aus dem Zimmer. Wir sind gestern Nachmittag hier angekommen. Dann sind wir direkt aus dem Flieger, direkt aufs Wasser gegangen. Wir wollten einfach so schnell wie möglich aufs Wasser. Es war einfach super, super, super schön. So, jetzt früh stehen wir gleich erstmal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben heute eine Stadttour gemacht und waren einkaufen. Hatten sonst eher einen ruhigen Tag, ein bisschen gearbeitet. Und wir haben in der Sonne gelegen. Wir haben in der Sonne gelegen. Und wir haben unsere Tour geplant für morgen, weil wir morgen ins Gebirge gehen wollen. Und jetzt essen wir gleich Abendessen und dann ist hier Oriental Night. Oriental. Die Küche und das Team von Kiki und Ibi geben sich super viel Mühe, beziehungsweise sie machen veganes Essen. Das finde ich total super. Ich bin sehr froh darüber. Danke sehr. Neki, erzählst du uns eine Geschichte? Ein Mundstück. Warte mal, steck ich drauf. Ist ja genau so krebserregend wie Rauchen, ne? Nee, schlimmer. Ja? Ja. Ja, ich glaube. Ist noch ungesünder. Ist jetzt aber gut fürs Bild. Im Augenblick auf. Gabibu. Lera!